Hallo ihr Lieben, nur mal ein ganz ganz kurzer Nachtrag zum letzten News Video, weil es hat sich so einiges ergeben seit dieser Zeit. Und zwar zu zwei Punkten, einmal zum Interview im Radio und einmal zum Doktessor. Außerdem mache ich dieses Video, weil mich zu diesen beiden Themen nämlich ganz viele Leute angeschrieben haben. Und ich möchte das hiermit ein für alle mal für alle klären. Erstmal zu dem Radio Interview. Ja, ich hatte im letzten News Video gesagt, dass auf dem darauffolgenden Sonntag dieses Interview im Radio zu hören ist. Das stimmte aber nicht ganz, da habe ich das falsch verstanden. Es ist auf jeden Fall definitiv an diesem Sonntag, am 30.07.2017, da ist dieses Interview auf Radio Energy zu hören, um 20 Uhr. Ihr könnt eure Frequenz im Internet gucken, auf welcher Frequenz ihr das empfangt. Ansonsten zeige ich am Ende dieses Videos noch einen Link, wo ihr das dann auch sehen könnt. So und zum zweiten Thema, Doktessor 6. Es ist endlich vollbracht, der Rohschnitt ist fertig. Der Rohschnitt ist fertig. So, jetzt sehe ich zumindest, jetzt sind alle Szenen zusammengefügt. Ich habe nur halt gemerkt, es ist erstens viel zu lang. 24 Minuten bis jetzt. Und bevor ihr euch hier unten die Hölle heiß schreibt hier, es ist definitiv zu lang. Ich habe es Testpublikum gezeigt und es ist ein ganz neuer Drehstil. Die Folge ist ganz anders als die anderen Folgen. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich habe es schon Testpublikum gezeigt. Und die empfanden es auch als zu lang. Und ich muss einige Sachen einfach ganz, ganz stark kürzen. Und ich hoffe, ich komme noch unter 20 Minuten, aber es sieht eng aus. Und ich möchte die Folge für euch ja unterhaltsam wie möglich machen. Fakt ist dennoch, dass sie nun endlich bald kommt. Ja. Ich werde vorher Teaser dazu hochladen und ich bitte euch, diese Teaser zu teilen wie Sau. Da wahrscheinlich mein YouTube-Algorithmus, was den Doktessor angeht, mittlerweile schon wirklich unter aller Sau ist. Und wir wollen doch, dass alle Leute davon erfahren, oder? Helft ihr mir? Helft ihr mir? Helft ihr mir? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr meldet. So, nochmal zurück zum Interview. Damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr natürlich schon mal den Kanal abonnieren von Radio Energy. Ansonsten, falls es schon nach dem 30.07. ist, dann könnt ihr hier direkt zu dem Video kommen, zu dem Interview. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Rock'n'Roll, euer Gnichel.